und in der zeit können die banditen schon längst über den berg bald wieder sein wir müssen irgendwie vorankommen was ist mit diesem wald los das ist jetzt unsere erste priorität und dann müssen wir weitergeben irgendjemand illusions magie hier drüber gelegt um leute zu verwirren glückwunsch ihr habt auch verstanden wir kommen im magischen wald ich würde sagen um das biet herauszufinden wo überall illusions magie drüber liegt müssen wir mehr oder weniger hand in hand einmal um kreis gehen also die innere person guckt wo die hand die ganze zeit verschwindet und wo quasi die linie lang geht was habe ich verpasst jetzt höre ich unsere magie kundigen anschauen funktioniert das wirklich so was das was hier gerade von sich gegeben hat ich habe gesagt wir sollen hand in hand an der linie des verschwindens lang gehen und die andere die innere person muss halt gucken wo die linie lang geht und wo die hand nicht mehr zu sehen ist und hand in hand damit wir uns halt nicht verlieren als wir sollen durch die bäume laufen jetzt wie du es meinst oder wie ich habe gerade was bringt es uns vor allem durch die bäume zu laufen kannst du hier um wald die richtung bestimmen in die wir müssen angenommen hier ist die grenze an den händen und und versuchen halt das finden wo die ganze ist und wo die person die halt innen steht wo also die quasi nicht nach außen sehen kann sagt halt okay wir müssen jetzt irgendwie da lang weil die linie auf einmal daran zieht und nicht männer gerade durch und du möchtest quasi dieser illusions linie folgen sehe ich das richtig ja oder hast du eine andere lösung wir richtungen die in die wir wollen was die karte sagt und dank der erkennen wo die illusion sind können wir einfach durchgehen und dem weg folgen genau das einfach eine mission wir laufen gegen die bäume und jetzt ein echter baum ist nein wir dagegen er sieht welches echte bäume sind wir müssen einfach nur eine wir machen einfach eine eine mischung raus reiner gibt die richtung vor nicht sagt ob magie im punkt bild ist oder nicht genau so ganz einfach aussehen muss ich kein händchen halten ich bin ich so auf berührung ich nur mir ganz leise vor mich hin bin mir gerade nicht ich glaube ich wirklich helfen will also wirklich ganz leise vor mir ich habe keine guten und ich bin vogel ich hasse euch alle so was wollt ihr jetzt exakt machen weil ich bin irgendwann ausgestiegen geistig einer soll die richtung bestimmen die wird ich hoffe er kriegt das hin im wald wenn auch in die sonne nicht sieht ansonsten muss irgendwer hoch klettern und mal gucken wo die sonne steht und danach machen wir machen wir uns auf den weg in diese richtung und korn guckt immer wo illusionen sind dass wir die dann ignorieren können der klettert will ich habe knowledge engineering knowledge geography und knowledge nature kann ich dann damit irgendwas anstellen du kriegst straight hin wo ja du kriegst es ohne probleme jetzt so orientiert sich so ein bisschen hast das ja mitgekriegt achte es da jetzt auch so drauf also dass im kreis gelaufen seid und dann schaffst du straight eine richtung zu bestimmen und ihr lauf doch nicht im kreis in die richtung und sage da lang gut du achtest drauf dass wir in die in die richtung gehen und korn du geachtest drauf was für echte hindernisse sind um welches falsche hindernisse sind ja mal dann guck ich noch zu rein und hier geht es auch wirklich gut also alex noch mal nachhelfen schon okay soll ich jemand tragen ich funkel dich nur böse an sich kann er an sich kann er reiten weil wir nie gesagt dass die kleinen reiten damit wir schneller sind ich habe ja vollkommen vergessen für pferde haben haben wir ja auch noch unseren ganzen hin und her genommen weil sie hatten vier und wir haben also ich habe mal so viel mit dabei ist muss gepäck tragen weil so viel kann würde ich per hand tragen also ich glaube die pferde steht immer noch in unserem lager oder mit ihm also aufgebrochen sind also meins auf jeden fall dass mir anderen ist exakt mitgenommen und die anderen sind wahrscheinlich gut trainiert und laufen mal hinterher hoffe ich wenn es von euch kann damit die noch mal glaube ich sie ist nur wir packen unsere sachen und laufen damit waren eigentlich nicht die pferde gemeint jetzt einfach mal stehen lassen was ich glaube schon also ich stehe nicht in meinem pferd das weiß ich nicht ich weiß ja nicht wer von euch sich mit einem eingefreundet hat oder so na gut dann ja dann erstmal weiter das wäre in dem moment wo du das sagst ist für uns sechs nur jetzt grad nassenreflexwurf ich glaube ich noch kein bock über fünf alle drei gemeinschaftliche als ihr als alex und dann mal auf wir müssen noch zu helfen frühling kurz vor sommer wie warm und wie trocken ist es ja stellst du vor wie mal im wald abfackeln ich will nicht direkt jetzt aber später mit meiner detect mächtiger angucken möchte ich tatsächlich hören und jetzt muss ich aber ganz kurz gucken ob es nachgucken ich glaube dass ich glaube das ist unmotiviert bei gewissen sachen geht das glaube ich gegen es gehe ich habe auch hier ist einfach nur ausgelockt first round präsent je länger es bleibt desto mehr erkenne ich aber strength ich erkenne unterschiedliche augen ich erkenne ungefähr welche welchen bereich sie sind wie stark sie sind in was für eine entfernung 60 fuß und kohen schält halt wie mein blick ist 18 meter gott jajajaja warte sekunde wie dein wie dein blick ist ja ich bin einfach so umdrehen und gucken du siehst nichts wir sollten uns beeilen ich habe ein gutes gefühl wenn ich voll bei dir dass wir uns bei dann lass uns jetzt loslaufen nicht rumliegen laufen übrigens mal ganz kurz wenn ich das mache was seht ihr dann da initiative das mache es nur den an identifizierten namen auslöschen so jetzt habe ich natürlich ganz vergessen reise dünns reise erforschung bald gelände ihr reist mit was hatte ich gesagt 9 wobei es müsste eigentlich erst schwer des geländes sein dann ja ja bleibt also die bewegungsrate bleibt aber eure bewegungsrate sind neun so alle gelände achten acht stunden ja so gegen 16 uhr etwa der gegen 17 uhr also für später nachmittag kommt ihr an der neuen könnt ihr euch dann entscheiden ob jetzt weiter rast weiterlaufen ihr seid jetzt acht stunden gelaufen bisschen mehr genau ihr seid im nächsten im nächsten hexfeld noch nicht aber ihr seid euch sicher es müsste nicht mehr weit sein dann möchte noch ein bisschen weiter besorgt den fluss erreichen wenn ich mal so wenn ich mal kurz nachgucken ach so du meinst in dem wald nicht die die nicht die es lagern nicht die lagerstelle nicht die lagerstelle den fluss habt ihr erreicht das ist okay das ist das ich euch so gestatten ja dann ist das noch an dem lager von dem punkt wo wir jetzt ungefähr sind was das schätzt sich vier stunden vielleicht die frage ist wollen mich in der nacht angreifen oder am tag oder zur dämmerung also in der nacht auf jeden fall aber den vorteil dass wir sind ja relativ viele schützen das ist meine zeit brauchen sich zu orientieren uns zu finden was uns 234 schüsse einbringt wird auch sonst noch erst mal vorgehen das übernacht anschauen ich habe bekannte ich kann ja danach was besser sehen als am tag jetzt erst mal ein bisschen ausruhen dass wir wissen womit wir es zu tun haben wenn verdammt ich beherrschte magie nicht aber es hätte euch keinen unnötigen gefahren aus gewaltest du nicht so meinst du dir in dieser gruppe aber die viel zu weit weg als um kurz nach zu kommen wieder zu kommen in der nacht nicht er muss er essen elf er braucht vier stunden schlaf heißt er kann einen rast schlafen er kann hin und wieder zurück das würde bei ihm funktionieren jetzt mal so gut gesprochen das geht er würde am nächsten morgen quasi wieder bei uns ankommen aus sind zwei stunden eine eine wache sind zwei stunden hier auch hier vier aber wenn wir letzte nacht drei wachen hatten dann haben wir zwölf stunden schlafen mit lager mit lagertätigkeiten und so wer halt erste letzte wache bis wir erste wache der letzte wache geht halt früh schlafen so wie ich es auch gemacht habe ich bin nur noch viel früher quasi während der mitte der zweiten wache bin ich ja schon aufgestanden und habe zusätzlich wache gehalten ja aber sonst kommt es ja nicht hin weil sonst kriegt der der durch die mittlere wache hat oder so einfach nicht genug schlaf man muss schon da ein bisschen zeit in anspruch nehmen und den ganzen tag laufen ist halt auch anstrengend kannst du eh nicht zwölf 14 15 18 stunden am tag sowie jetzt acht stunden also wenn es nicht gerade absolut gewöhnt ist und im wald reisen mit dem entsprechenden gepäck und allem schafft man die nicht viel mehr als acht stunden auch wenn man fit ist ja gut dann lass uns jetzt langsam schlafen gehen also heute lagern kann ich einmal bevor wir das lager richtig aufschlagen einmal mein haus gespür einsetzen mein geruchssinn anwenden um leichen oder schwerverletzte kreaturen mit 50 bg tp zu finden da bin ich habe ich habe die gabe irgendwie für ja so nicht was was ich darauf ein bonus bekomme und wie das dargestellt wird was ist eigentlich die maximale tp von uns ein max live 17 15 das steht das steht links wenn du in der übersicht wird steht das links tp hast du aktuell ja ja aber ich war nur verwirrt weil er jetzt gerade meinte 50 bla bla 50 prozent also die hälfte also wenn jemand mit der hälfte oder weniger die kann ich halt besonders gut riechen und ich würde einmal quasi das gespür einsetzen dann riechst du aber nix doch gut er was mich ein gut warst mehr als fünf jahres was weniger als 50 prozent lebenspunkte verloren ich habe in drei lebenspunkte von 7 richtig 25 also riecht er mich was du hast du hast also die hälfte ist 3,5 du hast aber muss ja mehr verloren haben als die hälfte du hast aber nur 3 3 3 ist weniger als 3 geben dann halt du hast du hast sieben du hast du hast sieben tp du hast drei wunden das heißt du hast noch vier tp übrig okay so oh gott das soll einer verstehen das ist schwer okay okay ja jetzt jetzt hast du hast du hast du hast sieben okay okay wunden sind der schaden der abgezogen richtig du hast drei wunden dein maximales leben ist sieben jetzt haben wir verstanden okay cool also ich habe verwirrung aufgeklärt alle klarheiten beseitigt so dann dürft ihr wo warte ich läuft der fluss das ist ja eben so musik zum rasten ja ich war zum sonnenuntergang so das war jetzt gerade noch vom rest des wanderns ja eine flussbäume ihr könnt wieder auf den gruppenbogen in die ordnung reingucken habt ihr wieder euer lagerplatz hi hi ich habe mich so wunderschöne bäume natürlich diesmal bin ich nicht mein zelt auf sondern rollen um eine matte aus ja ich stehe mich aber auch um das lager wiederum das übliche und dann ich mich schon dann lege ich mich hin ich würde nichts relevantes ja wer macht ganz kurz bevor ihr anfangt während ihr noch lager aber wer macht erste wache ich würde wieder die letzte wache machen ich nehme wieder die erste ja wer macht die zweite ja ich würde mich diesmal mit opfern ich mache die zwei doch noch mehr irgendwo okay cool dann lass so stehen kein feuer zu uns sind in der nacht er hatte auszusehen auf die fall auf den falschen track gewechselt hey der hat wieder auf den falschen track gewechselt muss ich gerade sagen ist gerade immer noch sehr episch also das ist sehr eine sehr heroische rast es ist eine heroische rast wir liegen da und wir erholen uns besonders gut also bis jetzt sehe ich dieses heroisch in dieser gruppe einfach noch gar nicht ich auch nicht das kommt vielleicht ich hoffe jetzt ist besser so dann wegs mit seinen aufgaben sucht euch plätze baut euch ein lager keine ahnung sagt ein lagerpunkt keine ahnung ist oder sonst so nein du möchtest wahrscheinlich jetzt meine dings bekommen meine perception so ihr habt ja kein feuer gemacht dann ist es ganz dunkel deine sicht deine sicht hast du dämmerungssicht nachtsicht blablabla ich habe immer sicht das dämmer sicht okay ich würde während meiner rast übrigens es ist es es ist recht dunkel na also es fällt nur wenig mondlicht in den wald die baumkronen sind auch schon recht dicht über dem fluss es ist dunkel von aktuell so roundabout 21 30 also 21 21 30 bis um fünf ich würde während meiner wache einmal das wasser mir angucken was durch den fluss fließt riecht es irgendwie anders ist es mit ganz normales wasser ist da irgendwas faul mit nö ist normales wasser weil wasser hm dann würde ich mich durchaus aus meinen gewändern schälen und zumindest noch ein bisschen federreinigung machen wann beginnt also dann geht der rest schlafen beginnt die erste wache etwa das könnt ihr selbst einschätzen ja das frage ich ja die gruppe ja wenn wir 15 1 ich dachte das läuft schon dann dürfte es ungefähr um 8 um 9 ungefähr wird die erste wache beginnen ok das ist noch was noch während deiner wache noch quorn siehst du mich kurz wie ich dir kurz zuwinke und dann am fluss ufer entlang mich gen süden bewege passt auf euch auf schnicker rasma sei mit euch ja gut dann würde ich mich auch mal waschen in meiner ob sich erwidrigkeit ähm was machst du mir jetzt mal bitte selber weil ich mich dafür nicht verantwortlich sein äh ja du nimmst den w10 machst mal rechtsklick auf den und machst auf das prozentzeichen und dann wirfst du ihn mir mal bitte wenn du 15 oder weniger triffst machst du das ganze bitte nochmal auf den rechtsklick ja dann prozent naja die 100 genau ok alles gut ok 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 ok